Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Dead Age. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und mal schauen, was jetzt so passiert. Viel Spaß dabei! Vielleicht finden wir noch was Nettes. Die Krankenschwester habe ich erstmal. Hamm, 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 hamm. Gibt's denn nicht? Ich mache ja auch nicht hamm, 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 hamm. Zack. Zack. Das hat nicht gereicht. Ich werde schwanger. So aber. Einmal. Und zweimal. Oh! Und dreimal. So! Neue Kleidungsstücke und Level Up. Sehr schön! Und der letzte. Dann gehen wir zurück, würde ich sagen. Oh, war schon knatscht. Äh, wir nehmen eine gewisse Passanten. Die Folge ist so mega lang geworden, verdammt. Die Antwort wurde, na beiß mal, kratzt mal, vergift mal. Wirklich nicht. Der Streiner, zack, zack. So. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Ähm, drei Werkzeuge. Die hole ich mir wieder. Weil, äh, äh, nee, ist nicht. Und weg mit dir. So war's. So war's. Gut hier. Wir nehmen den, äh, äh, den türkischen Schlipsträger. Äh, den typischen heißt das gar nicht, wa? Moment. So, jetzt haben wir Ruhe, sonst kommen wir immer wieder mehr und mehr und mehr. Wir nehmen den hier. So. Und das haben wir nicht, oder? Doch. Hm. Was sagen wir den Lebenspunkte? Machen wir mal bei mir. Und machen wir mal bei... Ah, das geht gar nicht. Bei Lüdi, doch bei Lüdi, ja klar. Das ist gerade echt für geistige Achtung. Ach, ausstellung gleich zuschlagen. Was bist du für den Nacktmulch? Ja. Da hab ich nicht mehr brauchen. Aber egal. So. Auch wir sind Level abgegangen, sehr schön. Da geht man die Kampfskills. Und machen die letzten Exekution. Ein wuchtiger Angriff mit 150% physischen Schaden, erhöhten Schaden gegen bewusstlose Gegner. 2% Yeah. und nehmen wir das wir gehen ja so lange daher bis wir die sachen wieder haben wir haben ja ein polizisten stufe 6 ist alles ein bisschen stärker jetzt wir den wasser die ursprüngliche schwester nicht mehr zwei das war schon drei das ist aber jetzt stinkt so gucken wir uns mal wieder aussieht 27 dann noch geblockt nach der 2 ap ausgegeben über den angreif schlägt dazu gut zu wissen können hier vielleicht ja anlisieren ein schuss aber noch was soll ich nur wissen geblockt 64 machen wir und naja sehr schön da dürfte er da nicht mehr sage ich doch exekution 70 uneffektiv das ist doch bewusstlos sein lebenspunkte aber auf lydia noch ja nächste erungenschaft sehr schön nehmen wir die fernen gebiete bringen neue gefahren hier erdeckt einen militärgrenzposten der soldat scheint unmotiviert zu sein und sind auf zwielige geschäfte haus wenn ihr durchkommen wollte solltet ihr schon etwas zu bieten haben ansonsten verzieht euch dahin wo ihr irgendwann seid überreden mit 78 versucht seinen geschwächtpartner zu überlisten durch spinsel was für ein lächerlicher vorschlagen das wird euch noch leid tun dann nehmen wir den leutmann das geblockt super so was bei den normalen soldaten auch uneffektiv ok um okay 62 und auch alle okay wir gehen auf den leutmann das heißt einer nur 13 26 jajaja wenig das reicht nein 15 ich werde schwanger kann man durchbrechen geblockt ist ja super Nein, Angriff auf den Soldaten Das ist nicht gut Aber das ist gut Soldatenbekämpfer Gewährmunition Messing Nehmen wir Unsere Lebenspunkte sehen nicht mehr so rosig aus Aber wir den ersten Die Krankenschwester 50 41 42 12 Wir machen hier Angaben 50 Na gut Keine Munition mehr, ne? Mhm Okay Ja Zwei zuschlagen Ich trolle Einmal Ne, viermal können wir noch Können wir vielleicht auch kein Dann auch mal bei Ah, er bei uns 41 11 35 Kann man den umsetzen? Oder umhauen wir nicht? Ne, ich bin dagegen, okay 30 Das sollte aber reichen Zack, zack Oh so, wir haben die Patronen So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier unten Ne, ausrüsten wir, oder? Und zwar Haben wir noch welche? Ja Ausrüsten Und wir machen die medizinische Hilfe 15% Und wir haben noch einen Kuchen Aber warum war ich noch nicht? Warten mal lieber Wann bleibt denn der typische meine Sachen wiederhaben? Hm, den typischen Schliffträger Hm, guck dir noch mehr Streuschuss auf alle 71 Ja, hier drüber, solange der typische da ist, kommt ein neuer Deswegen muss der immer so schnell wie möglich weg Hm, ich weiß nicht, wie viel das aussieht Machen wir lieber Und weg mit dir 35 Nochmal 29 Geblockt Und 60 Kleine Stücke Die Ferngebiete des Highways haben sich gelohnt Ihr entdeckt einen verschlossenen Militäralkw Möglicherweise von den möglichen Funde Seltene Patronenmaterialien Qualitativ bessere Munition Ausrüstungsmaterial Oder gab Waffen in besserer Qualität Haben wir hier mal der Schloss knacken kann Rene Mene Mue Und so machst du Und versuchst zu knacken Ja, Gewehr, Munition, Stahl 30 Stück Nehmen wir Irgendwann muss ja der Typ kommen Wir nehmen den aufgebrachten Sträucher Schleuner Das ist das 54-Grid Sehr schön 29 Und 30 Und Und 16 Gegen uns Na super Weg ist du Die alte Saudi Ach, ging ja gar nicht bei dem Ah, ja Benommen Oder versuchst du Über die mir 53 Nur 41 Das reicht jetzt nicht, ja Nein Ich glaube es hakt Ohne mal vier Materialien Die Ferngebiete haben sich gelohnt Und ihr deckt ein bewachtes Militärlager Möglicherweise möglich gefunden Selte Patronen, Materialien Qualitiv besser Munition Fertige Auslustungs-Upgrades Oder Gewaffen Und besser Qualität Und das Lager schleichen Und Wir versuchen unbemerkt, dass Lager zu schleichen Und neben uns ein AK 740 Krasser Shit Einiger Hammer Sehr geil Ich glaube ich, dass wir eine AK So, wir greifen erstmal Unsere Lebenspunkte reichen noch Schlipsläger an Nein, wir müssen andere angreifen Der holte seine Freunde sonst 41 Und da ist er schon Ich glaube die drei Materialien Darauf scheiß ich Oder so 38 Das ist aber auch schwierig Wir müssen den typischen Wettmachen Der nervt Okay Ähm Sauber Auch weg Erste Hilfe Geht an An mich Danach müssen wir Jennifer heilen Ausgenockt 46 Sehr schön Geht das bei dem überhaupt? Ne, geblockt Oh Jennifer Noch drei Runden Und So gut wie Tod tot Jennifer Und Jennifer haut ihn um So einfaches Teach Tennis Yeah Und noch ein paar Spritzen nehmen wir Das war wieder eine Folge Dead Age Wenn es euch gefallen haben sollte Dann lasst das leckeres da Auf jeden Fall würde ich mich freuen Für Däumchen Oder natürlich auch nette Kommentare Oder, oder, oder Seid kreativ Ich freue mich drauf Ansonsten wünsche ich euch Einen wunderprächtigen Tag Und Haut rein Leute